Das Haus Das Tier Das Haustier Die Orange Der Saft Der Orangensaft Pferd Pferd Apfel Vogel Wasser Wein Pferd 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 Das ist keine Katze! Du hast einen Löwen! Pferd Pferd Löwen Diese Rollschuhe sind für den Löwen, er ist sehr sportlich. Meine Schwester liebt das Kaninchen, es ist wirklich klug. Kaninchen Geht deine Mama mit der Maus in die Sauna? Sauna Kaninchen Gibt es im Garten genug Bäume für die Giraffe? Geht deine Mama mit der Maus in die Sauna? Ich spiele oft mit dem Löwen Tennis, er spielt sehr gut. Geht deine Mama mit der Maus in die Sauna? Geht deine Mama mit der Maus in die Sauna? Geht deine Mama mit der Maus in die Sauna? Mein Bruder übt jeden Tag mit dem Pferd Englisch. Übt Geht Untertitelung des ZDF, 2020 Meistens Zahnarzt Fleisch Sauna Nur Sind diese Karotten für das Kaninchen von deinem Sohn? Untertitelung des ZDF, 2020 Packung Löwe Glück Mein Jetzt Üben Wir gehen in den Biergarten mit dem Löwen, kommst du mit? Dem Mit Löwen Kommst du mit? Ich Mag Löwen Löwen von Mama Er hilft immer mir. Mein Vater Übt Deutsch Mit dem 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 fährt gern. Ich mag den Löwen von meiner Mama Er hilft immer mir. Mein mein Vater Übt gern mit dem 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 fährt Löwen Von meiner Mama Er hilft mir immer er 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 in er 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 mine Mein Vater übt gern mit dem Pferd Deutsch. Ich mag den Löwen von meiner Mama. Er hilft mir immer. Verheiratet. Verwandte. Die Hochzeit. Unsere Hochzeit ist nicht teuer. Die 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 Hochzeit ist nicht teuer. Ich will mit Mia sprechen. Ist sie da oder auf dem Campus? Die Hochzeit ist nicht teuer. Die Hochzeit ist nicht teuer. Dem Da Was gibt's Neues von deiner Tochter? Ist sie noch in Paris? Gibt's Was gibt's Neues? Warum hast du gestern mit deiner Nachbarin gesprochen? Gesprochen Gesprochen Gibt's Was gibt's Neues in Berlin studierst du noch? Also, was hast du gestern gemacht? Worüber willst du sprechen? Worüber habt ihr gesprochen? Worüber habt ihr gesprochen? Ich habe eineinhalb Stunden mit meiner Mama gesprochen. Eineinhalb 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 Was hast du am Wochenende gemacht? Gemacht Was habt ihr im Urlaub gemacht? Ich konnte nicht mit Anna sprechen, sie war nicht da Da Worüber hast du mit Nina gesprochen? Ich konnte nicht mit Nina sprechen, sie war nicht da Wuppforschung 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 Max ist nicht da. Warum willst du mit ihm sprechen? Wir haben ganz bestimmt nicht über dich gesprochen. Bis zum nächsten Mal. 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 Der Ring ist schön. Schon Schön Ich habe meinen Pass verloren. Ich habe keine Ahnung. Ich kann den Pass nicht finden. Ahnung Ich kann den Pass nicht finden. Verloren Komm, wir suchen den Pass zusammen. Komm, wir suchen den Pass zusammen. Ich habe kein Pass zusammen. Wir suchen den Pass zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du musst du dich setzen. Ich bin davon aus. Sollte sich mal. Du brauchst deinen Pass, du fliegst in die Vereinigten Staaten. Vereinigten Staaten Vereinigten Vereinigten Komm! Wo hast du deinen Pass zuletzt gesehen? Vereinigten Staaten Panik Panik Ich verliere nichts, denn ich bin ordentlich. Verliere Nichts Wessen Zoo Panik Elefant Nächstes Zuletzt 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 Gelb Lustiger Endlich Tische Ich habe keine Ahnung, aber ich muss den Pass bald finden. Spannende Handeln Zuletzt 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 Du verlierst immer alles. Du verlierst immer alles. Fliegst du morgen in die Vereinigten Staaten? Komm schon. Dein Pass muss. Hier. In. Wohnung. Der. Wohnung. Sein. Komm, wir suchen den Pass zusammen. Deine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, wir suchen den Pass zusammen! Bekannt geben Anrufen Vorhaben Ruf mich an Hast du schon was vor? Kostenlos Frei Kostenlos Frei Die Fahrt ist kostenlos Ich bin frei In Freiburg gibt es eine Universität, ich studiere dort Ich studiere an einer Universität in New York An Ich studiere in Freiburg Meine Mitbewohnerin ist Austauschstudentin aus Schweden Aus Schweden Studierst du und Oder machst du eine Ausbildung? Ausbildung Deine Ausbildung fängt morgen an, bist du nervös? Die Harvard-Universität ist sehr bekannt Bekannt Ich studiere nicht, ich mache eine Ausbildung als Bäcker Bekannt Die Humboldt-Universität ist in Berlin Humboldt-Universität T T Freiburg Streng Teller Sorry Austauschstudent Getränke Getränke Gesund Theater Wann Als Wir sind auch mit einem Boot gefahren, das war toll! Boot Boot Gefahren Mein Mitbewohner ist Austauschstudent aus Kanada Ich 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 Mache Ausbildung Als Köchen Ich Koche Ausbildung Eine Ausbildung Als Köchen Ich Koche Sehr gern Ist Universität In Deiner Stadt Universität Die Universität In Deiner Stadt Auch Sehr Bekannt We Ir Was Was Hier Was Untertitelung des ZDF, 2020